100 Jahre Wintersport in Bad Freienwalde ist natürlich auch mit ganz viel starken Arrangemoren verbunden. Ohne diesen verrückten Arrangemoren wäre das eigentlich möglich, was wir im kurzen Ausschnitt gerade wahrnehmen durften. Aber besonders möchte ich mich beim Oberwarnemann Kulturverein bedanken für diese Einladung, dass wir im 100. Jahr Wintersport in Bad Freienwalde uns jemand vorstellen dürfen, außerhalb unserer Schanzenanlage, was wir hier auch gerne mit tun. Und wir werden im Laufe des Gesprächs viel erfahren, denke ich mal. Und ihr seid auch angehalten, auch mal eine Frage zu stellen, mitzumachen. Also das soll auf jeden Fall sein. An dieser Stelle übergebe ich gerne an unseren Moderator Karl-Herz Wendorf und heißen Sie herzlich willkommen und wir wünschen Ihnen das Gespräch. Dankeschön. Er ist der Sportdirektor für Skispringen und nordische Kombinationen der Deutschen Skiförbahn, Herr Horst Göttel. Herzlich willkommen. Hier ist Ulrich Weling oder Uni Weling. Er ist der Sportdirektor für Skispringen und nordische Kombinationen der Deutschen Skiförbahn. Stefan Wiedmann, gleichzeitig der Vizepräsident des Brando-Ski-Landes-Band-Ski. Und ich sage es ja, Ronald Fremsberg, unser Bürgermeister Ralf Lehmann. Und wo wir über den Sport reden, und insbesondere über den Nachwuchs, müssen wir auch eine sehr erfolgreiche Nachwuchssportlerin begrüßen können. Hier ist Alvina Holz, bei mir unseren Vorsitzenden des WSV, und es wird 23, Dieter Bosse. Lieber Horst Göttel, wir würden uns freuen, wenn du diese Ehebung annimmst. Ich bin gefreut, sehr, sehr hier zu sein. Danke sehr. Danke sehr. Wenn wir uns mal vorstellen, wo die Skala von 1 bis 10 in der Begeisterung, dann muss ich sagen, wir haben ja vorhin wieder 1. Das hielt sich also sehr hier zurück. Und mittlerweile muss ich sagen, sind wir bei der 10 angekommen. Dieses unheimliche Engagement, was alle hier zeigen, auch persönlich mit Unterstützung würdigen. Und wenn ich jetzt mal gucke, zur Seite gucke, mal die Augen schließe, dann könnte ich beinahe denken, wenn wir die Wand dort sehen, in dem vielen im Leben sind wir jetzt im Champions League in der Spielgabe oder bei der Nordischen Kombination in den Weltmeisterschaften oder so ähnlich. Also ich würde damit sagen, ohne die große Unterstützung der vielen Sponsoren, der Eltern, der Vereinsmitglieder, natürlich, immenses Training des Nachfluxes, den Biss immer zu haben, auch mal bei den Niedernamen immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, das ist wirklich größtendes Wetter. Und dafür, glaube ich, haben alle es verdient, dass man sich dafür einsetzt. Also die Begeisterung von 1 auf 10 geschehen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich das erste Mal bewusst davon gehört habe, da war ich, ich habe eine Trainerlaufbahn, ich war Athlet, Nordische Kombination und bin dann Trainer geworden, am Anfang am Stützpunkt in Berchtesgaden und dann im DC-Kader und dann im C-Kader. Und da war ich zusammen mit dem Klaus Edelmann, er war damals Cheftrainer, ich war Co-Trainer, der Klaus ist ein Co-Trainer, also dann sind wir zu einem Lehrern gefahren nach Österreich, nach Eisenherz. Und da war ich mit ihm im Zimmer und dann legte er mir abends einen Zeitungsausschnitt hin. Der Stefan muss wissen, was das für ein Jahr war. Quasi Aufnahme eines Sportlers aus Bad Fallenwalde am Ski-Internat Oberhofen. Und damals gab es schon nicht irgendwie groß, Internet gab es schon, denke ich, aber wir hatten noch kein Smartphone gehabt, wo man so gleich mal nachgeschaut hat, wo ist das eigentlich. Und dann habe ich mich auch in der Zeit informiert, habe dann ihn auch einmal gesehen in Oberhofen. Und das war so die erste Berührung. Wann war das schon? Wann bist du? 2003. 2003, genau. Das war das Jahr, wo der Reinhard, das war sein letztes Jahr als Bundesstrainer. Da war diese für ihn sehr unglückliche Weltmeisterschaft in Italien. Dann ist er aber zum Glück des solchen Skisprungschefs der Nachwuchs geworden. Und ich dann im Jahr darauf auf. Und dann war ich, glaube ich, 2004 schon das erste Mal hier. Also länger als 15 Jahre, quasi fast 20 Jahre ist es jetzt her. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und so ging es hier los. Und ich muss sagen, ich habe von allererst 30 Jahren gedacht, mein Gott, ich sage es jetzt immer so ein bisschen auf salopp bayerisch, mein Gott, sind die verrückt hier. Was tun die hier alles? Und mit einer Euphorie und eher mal den dritten Schritt vom ersten. Und ich dachte, okay, kann man, glaube ich, damals nur die kleinen Schatz oder die zwei? Sie haben zwar 20 Jahre alt. Genau. Aber viele Kinder, viel Engagement und viel Herzblut. Und dann habe ich schon gedacht, ja, das ist interessant. Und war für mich, oder das ist für mich neu gewesen, so. Also eine andere Stufe stellen. Also wir hatten jetzt vorgestern eine Sitzung an der Kommission. Und das ist wirklich entschieden worden. Aber für uns jetzt, oder für mich jetzt nicht so überraschend, aber für die Akteure vielleicht schon, dass die Aline, die hier da sitzt, und der Max-Unglaube in den C-Kader berufen worden, Skisprung. Und der Moritz ist im D-C-Kader. Das heißt, drei Athletinnen und Athleten aus einem Verein sind in unsere Nachbusskader. Ich muss jetzt mal reinschauen in unsere Kaderlisten. Da gibt es nicht so viele Vereine deutschlandweit. Ich sage mal, der Jünger hat das zu besser, weil sich mit dem drüber die Sache einsteigen. Aber das Prinzip ist ja, man muss frühzeitig, wie Sport beginnt, man muss sich begeistern für Sport. Ich weiß nicht, dann ab da wollte ich unbedingt Skispringen. Und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert. Dann war ich angemeldet für den Sprungkurs für Jedermann in den Laufkarten. Da kann Jedermann einfach mal auf einer Schanze springen. Und das habe ich dann im Oktober gemacht, kurz nach meinem 14. Geburtstag. Und ja, es war so schön, wie ich mir vorhin gelten hatte, Skispringen. Und dann meinte ich noch mal später hier bei der Landesmeisterschaft. Wo ist Landesmeister? Nein, da habe ich es nicht. Ja, und dann eine Woche später bin ich dann hier beim Training aufgetroffen. Und deine Eltern haben ganz laut Hurra gerufen, weil sie hörten, dass du Skispringerin bist. Oder? Ja, das ist aufgereiht worden. Ich habe duale Studium gemacht und habe von Anfang an, also die ersten zwei Jahre da beim Karl Zähne noch. Da hat man eine geteilte Stelle. Ich habe ihn unterstützt quasi, wurde ein bisschen angelernt. Und dann das letzte Jahr, wo ich studiert habe, war ich dann voll übernommen. Also zwei Ergebnisse sind mir besonders in Erinnerung. Das war zum einen der erste Schülercup Gesamtsieg von Max Ungerwe damals. Und dann mit Moritz Terrell beim FIS-Schülergampri in Polny in der dritte Platz. Wo er bester Deutscher war. Und am nächsten Tag hat das Team Deutschland gewonnen. Also war ich als Trainer mit dabei. Da war ich auch mit für andere Sportler verantwortlich. Und so das erste Mal für so ein deutsches Team da verantwortlich zu sein. Und dann gewinnt dein Sportler, der Bonster und Gold. Das war schon echt gut, ja. Was man hier natürlich nicht unter Schärfe stellen darf und richtig beleuchten muss, ist, der Uli war wieviel, ein Jahrzehnt, Renndirektor der FIS. 15 Jahre? Und 20 Jahre. 20 Jahre Renndirektor der FIS. Neben seiner Aktivität hat hier maßgeblich die Geschicke der nordischen Kombination geleitet mit Formaten, mit Ideen und mit Inspirationen und hat damit die nordische Kombination zu dem gemacht, was es jetzt auch ist und wo seine Nachfolger davon profitieren. Auch wenn jetzt mit IUC und so ein paar Probleme hier am Tisch sind, die nicht einfach sind. Das ist ein ganz anderes Thema, weil sie dann auch medial Dinge verändert haben, aber den Sportansicht, die Popularität des Sports, da hat jeder Athlet, jeder Erik Frenzel oder Lieber oder Rutschek, dir viel zu verdanken. Und eine Woche später ist der Wettkampf im Oberhof, eine Woche später ist unser Wettkampf und eine Woche später sind wir in Einbruch. Ich bin sehr stolz, hier mit dabei zu sein und dass ich wünsche und hoffe, dass all das, was man sich vorgenommen hat und man hat sich schon viel vorgenommen und vielleicht noch mehr vornimmt, dass das irgendwann mal in die Richtung geht, was hier schon bei den einigen oder anderen angesprochen wurde. Und soweit das Knie in der Lage ist, meister Armin, Herr Neugster, habe ich da auch das eine oder andere noch mit unterstützt. Kultursiv Sport, können wir sagen. Der Oberbürgermeisterkulturverein gemeinsam mit dem Wintersportverein, ich denke, das zeigt ja auch, wie im Verein in dieser Stadt auch zusammenarbeiten, heute hier gemeinsam dieses Foyergespräch. Recht herzlichen Dank. Applaus